ich bin euch ja noch schuldig wie meine japan säge funktioniert und das habe ich hier schon mal so ein bisschen ausprobiert und den spiele ich euch jetzt rein ist nur so eine kurze impression wie scharf das ding wirklich ist das hier ist wirklich hart holz also da hast du mit jeder siege probleme aber die kommt recht gut dadurch ja schaut mal rein ich zeige euch das so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wünsche euch was.